Seitens begrüßt Freunde und Nicht-Freunde. Also wir sind gerade auf dem Airfield auf dem Großen und haben gerade eine Wette anlaufen mit Jenny und Braun. Und wir haben nämlich gewettelt, wer zuerst beim Airfield ist. Und Jenny und Braun haben anscheinend gewonnen und jetzt kriegen wir aufs Maul. Richtig so. Ja, und auch von mir ein herzliches Willkommen. Auch von mir. Oh Jenny, bei euch läuft ein Spieler. Wo? An den Tannen, direkt hinter den Airfield. Der ist gerade in Richtung Gefängnis rein. Oh, ja, siehst du den Tod. Ich habe einen Long Range. Wir sind ja schon gar nicht mehr im Gefängnis. Der ist an der Mauer lang. Also an der Mauer und dann um die Ecke Richtung Gefängnis. Ja, und viele, die es noch nicht gesehen haben, so sieht die AKM aus. Schönes Ding. So das Trommelmagazin. Sehr nice. Hab ich ihm geschenkt, ja. Ja, Angeber. Na, das ist gut. Ich muss mein Magazin noch voll machen hier. Braun, was meins wollen wir hinterher? Ja, können wir. Okay, ja, wir luten jetzt so ein bisschen die Hangars hier als Airfield und dann, ja, werden wir nachher unsere gerechte Strafe erhalten. Und wir unseren Preis. Eine Dose Spaghetti. Jetzt wann steht denn hier eine Feuerwehrwache auf den Airfield? Ich war ja lange nicht mehr. Schon immer. Schlimm. Erster Hangar ist clean, da ist nix. Was denkst du, soll ich das bei mir nicht drauflassen, oder nicht? Ne, dann wird runter, dann nimm die Funkantenne runter da. Weiß aus. Was? Natürlich. Geht jemand mal in Tower hier, Lordnever? Hab keinen Long Range, tut mir leid. Ja, ich auch. Ne, dann guck du doch. Ja, hört sich wieder aus. Ach, man. Nein, nicht stehenbleiben. Fein. Na, hast du nen Schatz gefunden, oder so was? Ja, so'n, wie heißt das Ding, so'n Boden-Budstock, genau. What? Achso. Ja, Holz-Budstock für AKM. Na, ist da Standardausrüstung. Ist egal, ich find's trotzdem so schöner als... Auf jeden Fall. So Metall oder so, verfälscht irgendwie. Ja, reinig. Hunting-Backpack, jawohl, meiner. Ja, ich hast nur drauf gestorben. Ich hab' einen Zombie gehört. Ich weck' ich mir mal ein. Oder auch doch nicht. Jemanden Interesse an einer Magnum? Ja. Oh, Ewigkeiten lieg' ich mir auf diesen scheiß Flughafen jetzt. Server. Es sind zwar genug Spieler irgendwie da, aber irgendwie ist... Einer rennt ja ja rum. Großen Airfield. Nix los. Ja, ob das jetzt ein Spieler war, den du gesehen hast? Ja, ich kann schöne Spieler unterscheiden mit einem blauen Helm. Und ein Zombie. Blauer Helm. Blauer Helm. Ein UN-Helm. Jemanden Interesse an einer Roundbox? Ne, bis jetzt noch nicht. Mit. Du hast keinen Platz mehr. Ne, ich hab' Platz, aber ich frag' ja lieber vorher. Nicht das für ein Sein-Spin-Schlepper. Wollte trotzdem mitnehmen. Jenny, wo bist du? Ähm, jetzt an der letzten Tanne vorm Gefängnis. Gefängnis. Und sie müssen jetzt an der Feuerwehr. Im Moment noch im Hangar drinne. Naja, aber an der... Ja, ja, gut. Ja, ich bin hinten beim Brunnen, jetzt an der Mauer. Okay. Sonne ist so brutal, ey. Börfensackel. Könntest du nur Eingang sehen, Jenny? Ja, noch Feuerwehrwax. Dachperfekt. Ja, ich bin noch hinter der Mauer, aber am Eingang seh' ich jetzt niemanden. Jenny, ich hab'n Kompass gefunden. Ah, kriegen wir mir mit. Bitte. Ein Olives Tactical 10 T-Shirt. Jenny, kann das sein, dass du... Ähm, Mirko, wo bist du? Oben. Tower. Ja. Also im Feuerwehrwax, ja. Also ich hab' jetzt nur Eingang im Blick, Frauen. Ja, ich auch. Soll ich mich mal todesmutig reinstürzen? Ja, ganz todesmutig. Meinst du? Soll ich reinlaufen, anstatt dich zu stürzen. Geh' mal rein, naja. Soll, wir gehen rüber in den AT-Z. Ach, ein grüner Helm, den nehm' ich. Sehr lange auf der Suche. Und dein Helm. Der hat 170. Hm, unten ist schon mal nichts. Wir sind jetzt oben. Aber wo ist der Spieler mit dem blauen Helm abgeblieben? Das ist die Frage. Na, Johannes, aber bestimmt wieder schief geguckt oder sowas. Na, erzähl doch nicht. Ähm. Kann es sein, dass hier vorhin ganz andere Sachen lagen? Wieso? Hier sind auf einmal so viele Helme und so viele große Rucksäcke. Johannes, komm, wir gehen weiter ins Gefängnis. Das noch. Und was ist denn? Wir sitzen hier rumliegen. Nö, doch, da waren wir auch schon. Okay. Hier schwebt ne Band. Ne Spraydose. Die Hand ist wieder hoch, du musst oben die Tür aufmachen. Oh. Jut, hier ist nichts. Hier ist niemand. Für was wär ich denn bezahlt, ey? Nichts. Ist ja genial. Ja, ich wär auch nicht bezahlt. Immer diese vielen Informationen. Biss auch ne Kuche im Nacken habt. War ja noch nicht offen fast. Jetzt sind wir jetzt ne Drohnen oder Arbeit? Nein, ich mein, von dem Spiellauf ist doch von denen eine im Nacken hat. Das ist fein, ich auch fast. Vielleicht hat er sich ja hier ausgelockt. Kann sein. Ja, aber. Seit wann ist denn die Tür hier hinten? Oh Gott, da muss ich vor. Die ist schon immer da hinten. Da ist Moni. Hat den Fläckfläcks vor uns? Ja, nimm mit. Geht schlecht. Wieso? Schieb deinen da rein. Geht bei mir nicht. Wo seid ihr denn? Ähm. Gefängnis beim Tower. Dann halten wir hier die Stellung und treffen uns einfach hier. Okay. Mirko, für deine Lampe an deiner Waffe liegt hier ne Batterie. Eine Lampe an deiner Waffe. Was? Dei Lampe an deiner Waffe. Achso, ja, ich hab ne Waffe. Äh, ich hab ne Waffe. Ich hab ne Lampe an deiner Waffe. Geht aber irgendwie nicht rein. Habt ihr sie wahrscheinlich erstmal rausnehmen, ne? Ne, ich kann das nicht kombinieren. Oh mein Gott. Dann weiß ich's auch nicht. Geht nicht. Brauchst du den anderen, äh, Griff. Äh. Ich hab jetzt Handguard Rail, hab ich jetzt. Der ist der andere, wiss der? Weiß ich nicht, aber das ist der schwarze, nicht im Holzgriff. Ah, der PS1, oh, alter. Scope. Hat so einen unfassbaren Zoom. Oder von Dantour auch schon so einen Zoom. Grauenhaft. Komm. Nicht zu nahe, komm. Nö. Zoomt ja genau so weit wie, ähm, das Long Range. Ne, noch lange nicht. Naja, wo du das mit Long Range jetzt noch ran suchst? So durchgucken normal? Ne, mehr so wie der, wie der PU-Scope. Ah. Will einer von euch in der SKS haben, Neuva? Neu. Also ich, wahrscheinlich, würde mich dann doch für die SKS entscheiden. Aber das wäre für Mosin. Äh, Double Rifle. Wäre die gleich da? Ja. War der da schon an der Baracke oder wo seid ihr? Ja, anders kommen wir hin. Ja, okay. Ja, anders kommen wir gehen zur Baracke. Welche? Ja, die hier hinter dem Fabrikgelände ist hier. Da liegst du? Ich bin schon links rum. Brauchen wir hier. Ich sondiere hier mal die Container hier, ob da was ist. Links rum. Ja, Gefängnis raus, links rum. Da ist wie so ein Metallschub. Großes, ja, so einigermaßen großes Fabrikgelände oder Industriegelände hier. Achso, da läufst du hinter so ein Ding wach. Waren bei euch eigentlich die Türen zu? Ja. Bei euch nicht? Ne, oben das Gefängnis war auf. Okay. Glocko, wo rennst du? In einer Baracke. Hier ist noch ein Hunting-Backpack. Und noch eine Weste. Keine Ahnung, wo du bist, Alter. Da muss er wissen, wo die Baracke ist. Weid du doch, Junge, das weißt du doch. Ach, die. Ja, und wer ist denn da gerade links rumgerannt? Ich weiß nicht, was du doch gesehen hast. Junge, abschießen. Achtung, ich komme jetzt in die Baracke. Schauen wir mal, ob du da unten ankommst, unter die Hose oder was du bist. Weiter. Ah. Ich habe eine Weste, danke schön. Ich meinte hier unter dem Ding. Hä? Guck, das ist. Da haben wir an der Pans. Brauch ich. Wer ist hier in der Baracke? Wer ist hier in der Baracke? Wer weiß, wer weiß es? Okay, wenn der rauskommt, schieße ich den ab. Warum ist Mose, Moni? Echt? Ja. Nimm das Tür. Ja, nächste Tür ist einer, Marco. Weiß nicht, wer es ist. Warum bist du das? Vielleicht. Ihr seid jetzt ja, ihr kennt jetzt die Schossen, Alter. Wäre mir scheiße, ihr Ahi gewesen, Mann. Oh Mann, bei mir klingelt's. Jenny, pass mal auf mich auf. Ihr klingelt euch so beklatscht, doch. What? Wo ist der Rucksack? Innen. Letzter Raum. Letzter Raum. War hier nicht noch irgendeiner? Irgendein Backpack? Ja, ganz hinten war Hunting Backpack. War hier nicht noch ein zweiter? Nein. 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 Ja, was gibt's alles so Neues nach dem Update? Ja. Die AKM. Es gibt Wildschweine. Hirsche. Hirsche. Die Hasen kann man jetzt töten. Ja. Die Eins. Sehr schöne Waffe. Ja, hatte ich in der letzten Folge vorgestellt. Es gibt einen Longhorn, was ganz, ganz selten hier im Spiel ist. Das Ding werde ich noch besitzen, auf jeden Fall. Ähm, was gibt's noch? Mir gut, dein Preis. Ja, auf einmal, lass mir Ruhe. Ach ja. Nein, nicht hier, nicht hier. Geht weg, nein. 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 Hallo. Wo seid ihr? Nein. Ey, was machst du hier? Bist du dumm? Nein, du bist dumm. Hör auf. Geht weg. Nein, nein. Jetzt kriegt Johannes noch eine. Ich hab schon, ich bin schon bald tot. Bitte was? Nein, du brauchst ja auch. Ich muss dreimal gehauen. Ich muss Mirko noch eine geben. Den musst du gar nicht. Jeder darf hier einmal. Jenny. Na, komm her, eine. Hab ich getroffen? So. Ja. Ah, Mann, ist blutig. Wie, du blutest. Na, kann ja gar nichts ab. Nein, doch nicht. Oh, was für ein Drungel. Hier hat einer Bohnen für euch. Und hier kriegt noch einer. Jenny hat sich eine Pfirsiche gewünscht. Hier hast du eine Dose Pfirsich. Jenny. Was hab ich? Dose Pfirsich. Komm her in den Raum. Jenny. Jenny nimmt doch auch die Pfirsiche hier auf. Ja, da sind keine. Klar liegen die da. Oh ja. Wo liegen denn hier Pfirsiche? Jetzt hab ich schon. Jenny, gib mir mal das Nächel bitte. Du hast meine Jagd kaputt gemacht. Was soll ich dir geben? Es Nächel. Bitteschön. Wo liegen denn hier Pfirsiche? Da, wo du gerade warst. Da liegen keine. Komm, komm. Noch ein Stück. Noch ein Schritt. Einen Schritt so weit. Nein, hier liegt der. Kann man eigentlich was badly damaged? Doch, jetzt vor dir. Nein! Hier liegen echt keine Pfirsiche. Doch, sie liegt doch hier vor dir. Nein, da ist nichts. Jetzt liegen sie da. Dankeschön. Ich werde gleich mal meinen Preis hier schnabberieren. Genieße, genieße diesen Preis. Das ist der letzte, den du bekommst. Was? Der sogenannte Daisy Oscar. Genau. Für Verfehlungen. Für Verfehlungen. Ey. Ey, das hab ich auch. Wir hatten da schon wieder Bengalo an. Der Braun. Bengalo. Bengalo. So, weiter hier. Wir müssen die anderen Hand hingen holen. Mach das Licht aus. Mach das Licht aus. Das ist ja wie ein Puff hier. Alter. Echt? Oh, scheiße. Wie ein Puff, Alter. Kannst du nicht aufheben. So, wohin? Wo geht's hin? SKS holen? Hunting Backpack? Ja, los. Komm, Jenny. Bengalo mit. Was? Nimm den Bengalo mit. Hab ich doch. Äh, sah ihm so aus, als ob du ihn schmeißen wolltest. Wollte ich ja nicht auch immer in den Zaun schmeißen. Wie kann man die Dinger eigentlich schmeißen? Mit G. Ah. So wie man alle schmeißt. Mit G. Braun, ich hab noch nie was weggeschmissen. Geht nicht, ne. Mann, Johannes, rast du hier rein? Unten. Unten? Ne, ist auch nix. Unten und dann rechts. Hinterm Tisch. Okay. Oben liegt die SKS, ne? Jut. Ja. Oh, erstmal wieder hier alles umpacken. Oh, wir sind da schon wieder müde, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich mach heute auch nicht so lange. Ich glaub, ich geh nachher pennen. Was? Ich hab morgen noch Prüfungen. Morgen ist Sonntag. Ich weiß. Wer hat hier die Tür zugemacht? Karate-Prüfung. Männer. Karate. Ja, dann hab ich morgen Prüfungen. Dann muss ich ausgeschlafen sein. Okay. Ja, geh mal. Ja. Warte. Warte, warte. Wir machen jetzt hier erstmal ein kleines Poichsieren. Äh, ja, warte. Ich will mir erstmal die SKS schnappen. Achso. Wir haben uns dann einen neuen Platz, wo wir uns endlich mal, wir sind jetzt wieder full-equipped, wo wir dann auch mal wieder ein bisschen Action haben. Hat jemand Munition? Ich hab Munition. Mirko, der ist genug. Der Ball ist ja durch die Gegend. Kannst du mir ein bisschen was abgeben? Öh. Was? Dann geh ich halt weg. Nein, nee, in diesem Sinne machen wir jetzt erstmal ein kleines Poichsieren. Wir suchen uns ein neues Poichsieren. Wenn ich ihn noch aufs Maul gehe, dann kannst du die Muni nehmen. Unter der nächsten Folge seht ihr ja das Tutorial, wie man in Daisy Beine brechen tut. Japp. Bis dahin. Bis dahin. Tschau, Leute. Tschüss.